Und hier sind wir auch wieder bei Let's Play Command & Conquer Tybering Wars. Es geht nach Stuttgart. Fabelhaft. Das war ein bemerkenswerter Sieg außerhalb Münchens. Jetzt wiederholen Sie bitte dieses Kunststück in Stuttgart. Und so ist die Situation. Unsere Truppen sind im Stadtzentrum eingekesselt. Die Lage ist ziemlich aussichtslos. Aber wenn Sie die Truppen rausholen, helfen Sie bei der Rückeroberung der Stadt. Genau. Obwohl Stuttgart von den Aliens kontrolliert wird, hat die GDR allmähliche Funksprüsse aus dem Stadtgebiet erhalten, die auf versteckte oder eingekasserte Überlebende hinweisen. Eine unserer Einheiten, ein Kommando, konnte seinen Verfolgern inzwischen entkommen. Finden Sie mit seiner Hilfe möglichst viele andere Überlebende und stellen Sie einen Stoßtrupp zusammen um den Alien-Stützpunkt in der Stadt zu zerstören. Halten Sie Ausschau nach einem Ingenieur-Team. Wenn es unseren Ingenieuren gelingt, unsere Basis in Stuttgart einzunehmen und die Defensivsysteme der Stadt zu reaktivieren, haben Sie ein leichtes Spiel. Jupp. Ich konnte die Alien-Patrouillen bis jetzt umgehen. Die wissen nicht, dass ich hier bin. Jupp. Meine Leute sind in der ganzen Stadt versprengt. Wenn wir die Stadt zurückerobern wollen, müssen wir unsere Truppen zusammenziehen. Empfange Nachricht. Die Aliens scheinen dieses nicht identifizierte Gebäude zu schützen. Zerstören Sie es. Jupp. Die Desintegratoren der Aliens haben ein Ingenieur-Team eingekesselt. Helfen Sie den Ingenieuren. Das wärmen wir auch gleich. Ihr könnt erst mal da hin. Ähm, erstmal holen wir uns. So, helfen wir uns mal. So. Helfen Sie das östliche Kraftwerk ein, um die verlassene GDI-Basis zu aktivieren. Denken Sie daran. Wenn Sie alle Ingenieure verlieren, war alles umsonst. Alles bereit. Wir werden auch heute die Bonus-Ziele hier wieder komplett erledigen. Ähm, feindliche Einheiten in sich. Ich kümmere mich um alles. Okay, legen wir los. Die werden sich wundern. Ich gebe Ihnen eine Spezialbehandlung. Wegtreten. Einer weniger. So, dann. Positiv. Kommando. Ich kümmere mich um alles. An die Arbeit. Gefechtsstand ist einsatzbereit, Sir. Das ist sehr gut. Wichtig ist auch, dass wir... Meldung zum Dienst ist haubert. Alles bereit. Hier. Und... Und wo ist der Feind? Kommt mir bekannt vor. Du melde mich zum Dienst. Ich hab, was ich brauche. Du kannst das erobern. Alles bereit. Habe ich Feuerschutz? Okay, was liegt an? Ich bin bereit. Bin schon da. Bin unterwegs. Ja, ich kümmere mich um alles. Du kannst da rein. Alles verhaftes, voll einsatzbereit, Sir. Einsatzziel erreicht. Feindliche Einheiten in sich. So, wir werden auf jeden Fall... ...kommt mir bekannt vor. Okay. VMT einsatzbereit. Einheit befördert. Es kann losgehen. VMT einsatzbereit. Wen soll ich erledigen? Okay, ja. Geht klar. Wir sind jetzt hier nur. VMT einsatzbereit. Dingspumse. V-Aplatoon Beta ist einsatzbereit, Sir. Ja, Sir. Ah, okay. Willst du auch ein VMT einsatzbereit? Ihr könnt auch da rein. Gruppentransporter. Wir sollten auch das Railgun-Upgrade mit besorgen. Okay, VMT einsatzbereit. Fang wir mit denen an. Und... Pitbull ist einsatzbereit. Wie laufen meine Befehle? Ja, das machen wir auf jeden Fall. Pitbull ist einsatzbereit. Einheitbereit. Ihr... ...könnt euch auf jeden Fall mal in der Richtung halt befinden. Äh, oder hingehen. Da soll auf jeden Fall... Was haben wir denn da? Das Scharfschützen-Team. Bin unterwegs. Geht klar. Okay. GDI-Platoon Beta ist einsatzbereit, Sir. Ja, Sir. Die Aliens haben uns festgenagelt. Eine Bewegung und wir sind erledigt. Können sie uns helfen? Ich bin da. Ich bin da. Kommt mir bekannt vor. Wo das zieht? Aliens erledigt. Scharfschützen-Team ist unterwegs. Los, los, los. Ihr könnt auf jeden Fall schon mal da hin. Yo. Bin schon da. An die Arbeit. Du kannst da rein. Das wird zwar jetzt nicht mehr... Rank-up sein, aber egal. Wie ist unsere Position? Pitbull ist einsatzbereit. Es kann losgehen. Ich bin bereit. Geht klar. Wir erwarten die Seele. Pitbull ist einsatzbereit. So. Pitbull ist einsatzbereit. Sind zu allem bereit. Pinne unterwegs. Pitbull ist einsatzbereit. Vorwärts. Einheitsfluss. Pit ist unterwegs. Und los. Yeah. Die kriegen das jetzt hier schon. Anhalten. Und ihr fahrt bitte nicht ewig hundert Tage halt irgendwo hin. Kommt mir bekannt vor. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Bin schon da. Ja. Positiv. Einheit für einige. Feindliche Einheiten in sich. Yo. Ich hab dich nicht vergessen. Predator bereit. Einheit befördert. Der Grund warum ich halt die Predator jetzt halt mit den Reagans halt ausgestattet habe. Direkt von Anfang an. Ist einfach nur aus dem Grund dass die halt entsprechend dann noch gut gegen. Relativ gut gegen Infanterien halt sind. Gerade was die Bazaar halt anbelangt. 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 g- care o Sign a c saud et. Anybody. Typical. Ph avereこと. Josu insacer. Also. Yunus. Unheil baite niqueze. れる unentwać. Das ist ganz überrasch. G-ição. O K. What do we need to go to? kommt mir bekannt vor mhm angriff läuft redet er bereit ehre mich ziel wir laufen meine befehle bin schon da frag dich einregen in sich dein kontakt ist vor hat so die version ausrücken ok was liegt an so mhm das brauche ich nicht das ist auf jeden fall der nächste punkt den ich noch erobern möchte hier fahrt bitte dahin ein 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 Ihr stellt euch mal bitte irgendwie der Rest schon mehr hin. Ihr geht mal bitte in der Richtung hin. BMP erwartet Befehle. Operation läuft. Pitbull ist einsatzbereit. Feindliche Einheiten in Sicht. Panzerdivision. Pitbull ist einsatzbereit. Bereit und entschlossen, Sir. Machen wir sie fertig. Raketen bereit. Pitbull ist einsatzbereit. Vorwärts. BMP, wie ist der Plan? Unterwegs. Würdest du bitte einfach nur... Ihr... Das ist sehr gut. Die anderen haben es anscheinend wohl nicht geschafft. Das ist ein bisschen schade. Aber das macht jetzt erstmal nichts. Und du könntest mit hier hin. Die Pitbulls, ihr könnt mehr in der Richtung hin. Dann haben wir... Dann haben wir... Dann haben wir... Und wo ist der Feind? Geht klar. Auf mich ist Verlass. Raditer bereit. Okay. Feindliche Einheiten in Sicht. Yo. Einheit. Raditer bereit. Ich hab dich nicht vergessen. Ich bin da. Wegtreten. Ich hab dich nicht vergessen. Ja. Kommt mir bekannt vor. Werde. Okay. Was liegt an? Auf Empfang. Ich frag mich gerade nur, warum... Dring ihr in Kampfgebiet ein. Hier da jetzt halt nicht... Die hier irgendwie... Befreit werden, aber egal. Greifen an. Dring ihr in Kampfgebiet ein. Einheit wird angebrüchen. Damit verlohen. Wir kennen ihre Position. Sind bereit. Erwartend befehlen. Einheit befördert. Vielleicht muss ich auch die Luft anhalten. Entspäckend noch besiegen. Ich bin da. Sehen wir uns das mal an. Einheit befördert. Scanner packs. Die können wir auch noch... Ihr könnt in der Richtung mehr hin. Einheit befördert. Einheit befördert. Sehr gut. Genau das, was ich wollte. Statt das Gebäude anzugreifen. Das... Okay, was liegt an? Kommt mir bekannt vor. Ich verstehe das. Die KI manchmal nicht, ne? Predator kampfbereit. Predator. Unterwegs. Kanzer-Division ausrücken. Ja, dann halt so. Zielgebiet durchdätig. Unterwegs. Kanzer-Kanz. Leere mich zielen. Panzer-Division ausrücken. Kanzer-Division ausrücken. Vernicht mit sie. Wir kennen ihre Position. Einheit mit Anruf. Kanzer-Division ausrücken. Kanzer-Division ausrücken. Einheit befördert. Zielgebiet durchdätigt. Unterwegs. Kanzer-Stützpunkt in sich. Ausbildung. Sie sind das. Auf beim Pfad. Sie kennen ihre Position. Der Kanzer-Division ausrücken. Kanzer-Division ausrücken. Kanzer-Division ausrücken. Einheit befördert. So, ihr könnt einmal zurück. Du kannst da mit rein. Anwärts leuten. Feinkontakt. Predator kampfbereit. Dringe ein Kampfgebiet ein. So. Feindliche Einheiten in sich. WMT erwartet Befehle. Hier ist etwas Schlimmes passiert. Das spüre ich. Ausbildung. WMT einsatzbereit. WMT einsatzbereit. WMT einsatzbereit. WMT einsatzbereit. WMT einsatzbereit. Würdest du bitte jetzt den da rauslassen? Danke. Westlicher Schall-Emitter ist einsatzbereit Sir. Sind bereit. Und damit habe ich nämlich hier. Tatsächlich wesentlich mehr Ruhe. WMT einsatzbereit. 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 Ihr könnt es noch mal in der Richtung halten. Ihr geht da hin. Gut, das ist sehr gut. Der eine ist jetzt Stern. Das heißt, der ist tatsächlich jetzt hier... Der confirmiert sich. Jupp, das tut sie. Die Energiezufuhr des südlichen Schallimitters reaktiviert. Der südliche? Ich verstehe. Diese Dinger schneiden durch die Aliens wie ein heißes Messer durch Butter. Bonus-Ziel erreicht. Einheit befördert. Die Kugel sind bereit. Die Kugel sind bereit. Die Kugel sind bereit. Die Kugel ist bereit. Greifen an. Wir kennen ihre Position. Dein Hochel ist bereit. Ich würde auch sagen Ihr kommt mit hierzu Ihr ebenfalls Wir haben ab jetzt auch die Möglichkeit über unsere Schallmitte auch ein bisschen halt auch noch alles zu versorgen Sind bereit Nähere mich zielen Anzeichen Unsere Basis wird angebildet Wird repariert Zielgebiet bestätigt Mission ist sowieso so gut wie gewonnen Wir haben Stuttgart Von den Aliens befreit Gute Arbeit Commander Danke Ein Gebäude verloren? Achso ja Verteidigung Ich habe einen Geheimdienst nicht entdeckt Ich habe einen geheimdienst Ich habe einen Geheimdienst Ich habe einen Geheimdienst Was habe ich denn nicht gekriegt gehabt? Wisst ihr was? Machen wir halt. Ich lasse das jetzt so. Wir gehen noch mal kurz in Köln rein. Köln wird von der Invention Invasoren angegriffen und steht vor dem Kollaps. Laut unserer Feldaufklärung ist die GDI Basis der Stadt allerdings relativ unversehrt, da sie bereits unmittelbar nach Beginn des Angriffs aufgegeben wurde. Ein Vorauskommando unter ihrem Kommando. Wo wird die Lage vor Ort und die Stärke der Alienverbände sondieren? Sobald wir wissen, womit wir es zu tun haben, schicken wir ihnen ein Ingenieurteam, das sich um die Reaktivierung unserer Basis kümmern wird. Exportieren sie die Ingenieure zur Basis und jagen sie die Aliens anschließend aus der Stadt. Es ist noch nicht so spät, um Köln zu retten. Kommander, die GDI braucht dringend eine vorgeschobene Basis, um Europa von den Invasoren zurückzuerobern. Die GDI Basis in Köln hat die Invasion relativ unbeschadet überstanden. Wenn sie die Energieversorgung wiederherstellen, ist sie wieder voll funktionsfähig. Empfange Nachricht. Uns liegen Berichte über Alienaktivitäten nordwestlich der Stadt vor. Sondieren sie mit ihrem Vorauskommando die Kampfkraft der Aliens. Wird wahrscheinlich sehr erheblich sein. Auf geht's Trooper. Zeit zu gehen. Hey, wartet mal. Hat sich da was bewegt? Oh ja. Es geht los. Beenden wir die Party. So. Feuer frei. Das ist doch schön. Verstanden, Commander. Vorsicht! Positiv, wir gehen rein. Alles unter Kontrolle. Macht sie fertig. Einheit wird angegriffen. Jo. Sie sind überall. Trooper. Ähm. Und wo ist der Feind? Wir sind hier. Raketen bereit. Ja, Sir. Jetzt wünschst du dir noch zurück, hä? Nö. Wir stehen bereit. Äh, nein, das nicht. Aber die Bruderschaft, das waren wenigstens Menschen. Verstanden, Commander. Einheit wird angegriffen. Einheit wird fördern. Jawohl. Einer weniger. Los, Jungs. Ja, das, äh, wimmelt hier so ein bisschen von denen, aber das macht nichts. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber jedenfalls sind sie groß. Und unter. Alles in Gerecht. Lass sie nur kommen. Gar nicht ruhig. Alles unter Kontrolle. Würdest du bitte da mit rein? Rein. Habt ihr noch nicht genug? Jawohl. Trooper. Jawohl. Ich hasse sowas, ne? Wenn halt der MPC meint, von wegen, sich meiner Kontrolle halt erziehen zu müssen. Dann wollen wir mal. Sondierungseinsatz erfolgreich. Schicken Sie das Vorausrundanle zu unserem Ingenieurteam an das östliche Ufer des Flusses. Fange nach. Das Ingenieurteam muss um jeden Preis überleben. Wir haben keinen Ersatz. Versetzen Sie das Kraftwerk im Nordosten, um die Energieversorgung der Basis zu reaktivieren. Und wo ist der Feind? Bin schon da. Frage ist natürlich halt... Ich bin da. Komm ich... Nach oben. Die Ingenieure brauchen möglicherweise Unterstützung. Es ist der Gedanke. Legen Sie über den Fluss und halten Sie den Rücken frei. Wo läufst du lang? Ich habe eine kleine Überraschung dabei. Oh, ich hasse sowas. Warum läuft man so bescheuert um ein Gebäude herum? Ohne Sinn, ohne Verstand. Einfach nur, ja, wir laufen jetzt einfach mal irgendwie, irgendwo, irgendwann mal irgendwas ab. Um dann halt einen falschen, um absolut das Falsche zu machen. Auf geht's, Trooper. Feindliche Einheiten in sich. Einheit hat angegriffen. Wir sind hier. Es geht los. Unterwegs. Auf Sie. Ja, Sir. Treffpunkt bestätigt. Trooper. Los, Jungs. An die Arbeit. Ich sehe es, bin unterwegs. Raketentrupp kampfbereit. Raketentrupp vorwärts. Meine Fresse nochmal. Gebäude eingenommen. Einsatzziel erreicht. Feindliche Einheiten in sich. Neue Bauoptionen. Einsatzziel erreicht. Wird repariert. Empfange Nachricht. Es scheint so, dass dieses Gebäude die Alien-Truppen koordiniert. Bilden Sie jetzt in Ihrer neugebauten Basis eine Armee aus und zerstören Sie es. Jupp. Geheimdienstdaten aktualisiert. Hier sieht es ja übel aus. Ja, aber die Gebäude sind wohl im Sacken. Die meisten. Die haben nur keine Energie. Das muss reichen, Soldat. Wir sollen hier eine Stadt erobern. Los, an die Arbeit. Einheit wird angegriffen. Neues Bonus-Ziel. Wir sind hier. Bau abgeschlossen. Einheit befördern. Alles bereit. An die Arbeit. Neues Bonus-Ziel. Neues Bonus-Ziel. Wird gebaut. Feindliche Einheiten in Sicht. Zack. Gebäude eingenommen. Ausbildung. Bonus-Ziel erreichst. Router. Schnappschützen-Team, wo werden wir gebraucht? Ich riege das. Wo werden wir gebraucht? Juggernaut! Ein Wartagalot-Team. Seta-2 zur Stelle. Haben wir diese Monster in den Boden? Wird gebraucht. Einheit verloren. Verstanden. Kommander, wenn wir die Scharfschützen in Sicht als der Alien-Basis-Reich, werden wir an ihr zu klagen. Auf geht's, Trooper. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten in Sicht. Alles bereit. Bereite Basis-Reich. Einheit befördert. Landvermesser. Du gehst erstmal an. Lassen Sie nur kosten. An. 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 Alles bereit. Wir haben alles in die Reifen. Sollen die noch kommen. Energieversorgung des Halles mit das reaktiviert. Jetzt kann's losgehen, Sir. Lass sie nur kommen. Auf sie. Nagel sie fest. Auf sie. So. Mit das. Lass sie nur kommen. Racion. Was brauchen sie? So. ich würde einfach mal sagen das funktioniert nicht so wie ich es mir gehofft hatte raketen kopf aufgepasst so das können wir auf jeden fall machen einsatzbereit raketenbereit landvermesser du kannst hier hin du kannst das aufbauen du kannst erstmal da hin das 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 und hier liegt eigentlich nicht mehr als genug Tiberium rum und ein Technologiezentrum könnte ich auch demnächst mal gebrauchen da macht einer wieder richtig rambatsamba draußen Ich möchte auf jeden Fall erst mal ENERGY und bevor er nochmal schießen kann ist der auf jeden Fall halt auch weg gut das kann auf jeden Fall jetzt erstmal eine Weile lang halt hier überstehen ich sehe allerdings dass wir wieder gnadenlos über der Zeit sind von daher würde ich sagen speitere ich hier ab bedanke mich fürs zusehen und sage damit bis zum nächsten letzten Playpart Lattes FB meintet sich ab